Mein Name ist Harun Dogan, oder Shark. Ich bin Künstler und Creative Director bei RawCut in Zürich. Ich denke, Integration ist, wenn man sich zu Hause fühlt. Wohl fühlt. Der Kanton Zürich ist mein Zuhause, weil hier mein Arbeitsplatz ist. Das Kanton ist ein optimaler Nährboden, um sich zu entfalten. Und der Flughafen ist in der Nähe. Ich bin Zürich.